14. Juli, an der Ahr, ein Zeitzeugenlied. Kein Wasser und kein Strom, Wir fahren weg nach Usedom, Die Ahr war doch zu nah, Dass es auch uns geschah. Der Ruhesitz fürs Alter War da vielleicht ein Kalter, Das Wasser ganz fatal, Es kommt ganz schnell von überall, Reißt Brücken einfach weg, Nichts hat noch einen Zweck, Macht Halt vor nichts und niemand, Ist außer Rand und Band. Vom Keller zu den Tasten, Der Pianist muss fasten, Es herrscht der Schlamm des Flusses Sud, Wir wurden Opfer seiner Flut, Die soll erst einmal sacken, Es gibt doch nichts zu packen, Vom Schreck bedeckt der ganze Ort, Sind wir jetzt eine Woche fort, Es geht uns gut, Was für ein Glück, Wir kommen dann gefasst zurück. Bad Neuenahr, du tust uns leid, Wir brauchen unsere Zeit, Doch waren's noch viel mehr, Auch das bewegt uns sehr. Am Tag des Sturms auf Diebers Tie, Führte der Regen ihr Regie. Im Jahre 21 die Strömung neu erfand sich, Schon bald ist das Geschichte, Auf die ich gern verzichte. Nach drei Tagen im Wasser getextet, Am 17. Juli und die Musik dazu geschrieben, Am 27.07.2021 jeweils von mir.